hallo und herzlich willkommen bei einer neuen folge star wars battlefront fangen wir an hier letzte runde haben wir jemanden reportet weil der hatte irgendwas mit 44 zu ich weiß es nicht 34 also 44 kills und viermal gestorben oder so und das kann nicht sein leute das kann nicht sein ja womit schießt denn hier bitte ich habe graflagen gekillt geht der graflagen wieder ab oder was naja jedenfalls habe ich nicht einmal gekillt das ist schon sehr gut für die seele der hat mich ja letztlich 120 trillionen mal gekillt oder so das ist bestimmt gesund das wasser ich hätte gerne so eine heldenmarke aus der luft geholt schießt der auch auf luke wir haben einen kontrollpunkt übernommen oh ja du kommst mir nicht boah jetzt gehe ich aber ab hier bisschen schnippidiwippi merkmals stufe 3 da hat es rumgemacht irgendwer nimmt das ein der sollte mal ein bisschen zielen lernen hier hat mir jemand den arsch gerettet ich glaube der ATS zieht was Kontrollpunkt wird gesichert ich gehe jetzt mal hier rein komm mir stimmt einer entgegen hier ist auf jeden fall ein bisschen peffpunkt die Rebellen erobern einen Kontrollpunkt greift sie an wenn ihr bereit seid das wird glaube ich eine schnelle Runde für uns der Herr der Herr Graflan hat nämlich seine Hexe ausgemacht damit es nicht zu auffällig ist zu spät Umgebungsmogler siehst du gut platziert den haben wir auch gekriegt wir erobern den letzten Kontrollpunkt wir erobern den letzten Kontrollpunkt wir erobern den letzten Kontrollpunkt Gebiet sichern in die Fresse in die Fresse oh steht da da ein Turbolaser drin alles klar ich würde ja zu gerne meinen E-Ionen-Torpedo benutzen aber ich muss Kills mit dieser blöden Scout Pistole machen jetzt bitte nicht oh jetzt lauf doch imperiale Soldaten sind nicht vorsichtig sie stürmen voran Ja, das ging schnell. Der gute Herr. Wo ist er hin? Egal. Oh, manche Leute. Oh, das gibt schön Punkte. Uh, gibt das schön Punkte. Zack. Schnelle Runde, viele Punkte. Wir sind auf Hot unterwegs. Ja? Zumindest glaube ich, dass das Hot ist. Das ist halt der Eisplanet, ne? So. Wir müssen hier Sachen machen. Kommando Skywalker ist unterwegs zu uns. Wo? Die Macht ist mit uns. Die Macht ist mit uns. Einfach mal schießen. Einfach mal vorbeilaufen und schießen. Kontrollpunkt wird gesichert. So. Dein Arsch gehört mir. Dein Arsch gehört mir. Sag ich doch. Das ist nämlich der gute Ewing. Mit dem mache ich euch alle kaputt. Unsere Leute haben einen Kontrollpunkt erobert. Gute Arbeit. Die Macht ist mit mir. Dein Arsch. Ja. Nein. Ist nett. Da wird mir einen Kontrollpunkt. Das ist halt. Das ist ja. Ja. Das ist ja. Kontrollpunkt. Überlass ihn nicht dem Imperium. Ich sehe keinen. Aha. Ähm. Guck dich einmal die KD an. Super, super gut. Gut. Höchste Punktzahl. Ha. Guckt's euch an. E-Wing hat's gebracht. So, es gibt jetzt garantiert übelst viele Punkte. Das wird mich von den Socken hauen. So viele Punkte wird das geben. Hä? Okay. 485 Quedits für die paar Sekunden Gameplay ist schon nicht schlecht. Ne? Ich weiß jetzt gar nicht, wie lang das Match ging. Aber ich würde sagen, wir hängen gleich das nächste dran. Weil kurze Folgen schön und gut, aber die müssen keine zwei oder drei Minuten lang gehen. Ne? Währenddessen können wir ja mal gucken. Hier, warte. Da und da. Was das Imperium denn alles so zu bieten hat. So eine Leute. Die mag ich nicht. Die mag ich nicht, habe ich gesagt. Ich mag die immer noch nicht. Küstentruppler. Oh, guck mal hier. Rang 90. Wie lange willst du das Spiel spielen? Ich bin, glaube, 23 oder 24. Die Leute haben noch einen Schuss nicht gehört. Naja. Wollen wir mal loslegen hier. Ist wieder die gleiche Map. Schauen wir mal, wie lange es diesmal dauert. Wir sind auf jeden Fall wieder Imperialer. Ich gehe hier durch den Bunker. Hier wird Pepp, Pepp gemacht. Ich sehe niemanden. Ja genau, sie fliehen, wie erwartet. Wenn ich jetzt nicht wieder habe, dann habe ich keine Lust drauf. In den Kopf. Oh, ich wollte gerade meine zwei drücken. Aber der alte Herr, der Old Father, hat mich erwischt. Haut da mir das Gewehren zur Fresse, ey. Haut da mir das Gewehren in die Fresse. Ach, nicht gerecht. Freund. Ein bisschen anschießen. Mein Gott, vielleicht bringt es was. Wir haben einen Kontrollpunkt besetzt. Scheiße. Die gammeln halt da in ihrem Bunker rum. Und wir können einfach uns die Punkte einnehmen. Das ist, das ist okay. Nimm mich mit. Ich bin viel schneller als ich. Genau, Tübing. Hol ihn dir. Hier ist keiner. Wir sichern den letzten Kontrollpunkt. Hilfe. Was mache ich jetzt? Okay. So. Sieg. Also. Ja, die, äh. Das Gegnerteam, das sitzt halt die ganze Zeit in dem Bunker drinnen rum. Und nur die Hälfte oder so waren in den Punkten. Das ist dann halt schlecht. Oh, guckt es euch an. MVP und meist Punkte verteidigt. Läuft doch gut. Läuft doch echt gut. Also das waren zwei sehr einfache, sehr kurze Runden. Aber ich hatte trotzdem sehr viel Spaß. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß. Und wenn ihr wollt, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann. Bis dann. Untertitelung des ZDF, 2020